so was geht ab meine freunde willkommen zum nächsten video ja heute gibt es mal so ein anfang beziehungsweise ich mache es aus dem grund weil das weil mein handy während des ja während des spiels ausgegangen ist beziehungsweise irgendwie sich aufgehangen hat und es ist bis jetzt gerade sogar steht da 20 28 und 20 45 hat das spiel angefangen also das war echt ein bisschen blöd aber damit dann habe ich noch mit der lils handy auf jeden fall weiter aufgenommen und hat irgendwie noch versucht das beste draus zu nehmen und am ende ist einfach sein handy auch voll gewesen mit einem speicher da konnte ich auch nicht ich habe zwar alles aufgenommen aber es war am ende irgendwie ein bisschen kacke gebrauchter tag gewesen aber bevor das video startet wollte ich euch noch auf die erdbeben in der türkei und in syrien aufmerksam machen was wirklich krasses was da passiert ist und viele familien haben einfach ihre unterkünfte verloren ihr leben verloren ihre familien verloren und ja meine familie wurde leider davon auch betroffen aber zum glück ging es den einen gut also es ist nichts passiert aber es gibt genug familien die hilfe brauchen und aus dem grund habe ich euch ein paar links ein paar seriöse links reingepackt und in die video beschreibung wenn ihr da irgendwie helfen wollt spenden wollt könnt ihr das sehr gerne machen ich persönlich habe es auch gemacht und ja wie gesagt jeder euro würde zählen und ja ja damit würde ich sagen dass uns somit ins video starten viel spaß dabei let's go es sollte eigentlich schon um 18 losgehen sollte eigentlich schon um 18 losgehen aber wir kommen wie immer noch nicht voran naja es geht los jetzt hier ist gut was los achte es geht bis dahin hin crazy und er geht da kommt noch eine menge ist auf 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 Schöne, Schöne, Schöne! Wow! Alter! Boah, es geht voll ab, ne? Voll geil, ja, ja, übelst geil! Hoffe! Moin! Boah, da ist ordentlich alles voller! Auf den Stadion, boah! Let's go! Boah, da sieht man schon die Flutlichter! Sehr geil! Delil, was ist eigentlich dein Tipp? 3-1 3-1 für uns? Das wär so geil! Ich sag, ehrlich gesagt, 1-1 Verlängerung! Elfmeterschießen für uns! Und Riemann macht das entscheidende Tor! Oder ne, Hofmann macht's! Ah ja, das wär so schön! Aber hey, Hauptsache, irgendwie durchkommen, das wär geil! Hier regiert der VfL! Hier regiert der VfL! Let's go! Kommt rein! Scheiße der VfL! 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 Alter, wie geil mit dem Stadion dahinter! Wahnsinn! Wir, wir, wir! Wir, wir! Wir, wir! Wir, wir, wir! Wir, wir ForumS! Geil, jetzt gehen glaube ich alle in die Ostkurve, die gerade hier mitgelaufen sind. Boah, also jetzt ist es ungefähr nur eine halbe Stunde bis zum Anpfiff. Ich sehe auch gerade, ist alles voll. Der Dortmunder Block ist so gut wie alles voll und hier kommt man nicht durch. Unmöglich da durchzukommen. Und auch guck mal, die Schlange, das geht da hinten rein, das ist echt der Wahnsinn. Es liegt aber auch daran, weil wir ja den Fernmarsch hatten und jetzt sind alle, die beim Fernmarsch da waren, wollen jetzt auch gleichzeitig rein. Deswegen gerade ist es so voll. Ich hoffe mal, dass wir zum Anpfiff drin sind. Digga, wir kommen nicht rein hier. Digga, es sind noch 15 Minuten bis zum Anhöhe und wir stehen hier immer noch. Ich kann mich gar nicht bewegen. Digga, was machen die da? Digga, mein Handy ist so am spinnen. Da passiert nichts. Ich kann nichts mehr aufnehmen. Das ist doch nicht mal normal, Alter. Ich nehme jetzt für Daniels Handy auf. Das regt mich nur noch nicht. Da geht's. Ja, Führerschau da hinten. Oh, Junge, man sieht das andere Tor gar nicht mehr. Wow. Es gibt nur eine Sache, die uns am Leben hilft. Ja, ich weiß nicht. Du läst ihn noch nicht an der Stelle. Ja, das ist auch ein Leben für dich. Ja, das ist auch ein Leben für dich. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Nein, du kannst deinen König. Der Rauch ist über dem ganzen Platz, ey. Krass. Oder mein Handy. Guck mal, immer noch 20.28 Uhr. Irgendetwas stimmt da nicht, Alter. Mein Handy ist am Arsch. Und ausgerechnet jetzt, wo ich gerade ins Stadion reingehe. Denkt mich sowas aus. Ja, Mann. Sau stark. Wir kämpfen, Mann. Sau stark. VfL. 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 VfL Crazy, ey. Stark! Die sind alle am abgehen. Boah, Junge, jeder geht hier mit. Sau stark! Kommt, Jungs! Weiter! Start, Manu! Sau stark, Junge! Hier an! Oh, Boah, Junge, jeder sagt, Tief im Westen, da kommen wir auf den Steht zu mir auf den Ah, schade! Dann da ran! Scheiße! Oh! Oh! Boah, das ist schon krass, was Dortmund andere Sachen vergibt, ey. Aber sucht uns! Das ist genau Minute 45! Das gibt's doch nicht! Junge, die machen so'n Pimmeltor, Alter! Scheiße, ey! Wie kann man so'n Ding kassieren, Alter! Das ist ja geschenkt, ey! Mann! So ärgerlich! Wir spielen so gut! mal, mal, mal! Unsere Jungs sind schon am Start, aber BVB hat irgendwie keine Lust, glaub ich. Dann würde ich sagen, wir sind doch ein Reiter, oder? Die Zecken haben Angst. Die wollen nicht mehr. Ja, wo bleiben die? Das ist echt nicht mehr normal. Das sind mindestens fünf Minuten schon. Unsere Jungs stehen da schon mindestens fünf Minuten. Die VW eigentlich macht immer noch nicht am Start. Krass. 2000 Jahre später. Wir sind besser reingekorgen, die zweite Halbzeit. Oh mein Gott. Oh Jimmy, du musst ihn machen, ey. Ach, Mann. Jungs, ey. Oh, du hattest so viel Zeit annehmen und Abschluss. Das war der, ja. Elfmeter. Elfmeter. Ja, Mann. Oh mein Gott. Oh, Sparke. Komm. Oh, das ist verdient. Die spielen super. Ja, Mann. Komm. Der Winx-Möger. Ja. Los, Mann. Los, Mann. Los, Mann. Verdient. Oh, Lunge. 64. Stil. Gute Tor für Rappen. Nöger Spinschall. Böse Gerdburg. 1-2. Torschütze. Die Sieben. Kevin. Trigger. Mit der Sieben. Trigger. 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 Vielen, liebe Dier. VWFD. Boah, ist das laut hier, ey. So stark. Die Stimmung ist heftig, weh. Wow, meine Stimme ist auch schon mittlerweile weg. Und ich bin krank eigentlich, ey. Wahnsinn. Scheiße, ey. Start. Kommt, drei Minuten noch. Rund. Kommt, geht um die Stimme runter. Ja, komm. Ah, mit Druck, Junge. Weiter, komm. Bitte. Ja. Das war Ecke. Ey, das war Ecke, Mann. Er hat ihn berührt, Alter. Wie ist der Fall jetzt auf? Ey, das war Ecke, Alter. Scheiße, ey. Dassい von. Ich bin red. Ich bin sehr gespannt. Ich bin nervös.